10 Tipps, wie ihr besser werdet in Diablo 4. Bleibt dafür unbedingt dran. Liebe Leute, mein Name ist Fragnath. Hier dreht sich alles rund um Gaming. Gerne hier dauerhaft mit dabei bleiben. Und mittlerweile sieht mein Magier gar nicht mehr ganz so old aus. Ich habe ihn jetzt so ein bisschen gestaltet wie ein Frostmage. Also danke da auf jeden Fall auch für euer Feedback, dass euch die Optik nicht so zugesagt hat. Mir persönlich war das immer völlig egal. Und jetzt habe ich es einfach mal gemacht. Sieht vielleicht ein bisschen cooler aus, so ein bisschen frostiger. Ja, 10 Dinge, wie wir besser werden können in D4. Wie ihr euren Charakter verbessern könnt, die ihr alle im Blick haben solltet. Ja, das klassische Min-Maxing. Ihr wisst ja sicherlich auch, als BWLer weiß man das. Es gibt kein Min-Maxing, aber man nennt es trotzdem so. Wir wollen das meiste aus unserem Charakter rausholen in möglichst kurzer Zeit. Eine Illusion. Nichtsdestotrotz gehen wir los in Hip Nummer 1. Die erste Sache, die ihr an eurem Charakter immer verbessern könnt, sind natürlich die Items. Allen voran die Waffen. Grundschaden ist hier King und wirkt sich auf alle Multiplikatoren in Folge aus. Bedeutet das, wenn ihr einen hohen Grundschaden habt, ihr natürlich dann einen hohen Multiplikator bekommt. Beziehungsweise durch einen hohen Multiplikator einen noch höheren Wert. Zum Beispiel über einen guten Crit-Damage. Das auf jeden Fall im Auge behalten. Wichtig zu Items zu wissen sind folgende Breakpoints fürs Endgame. 625 und 725. Gegenstände auf Stufe 699 sind also der blanke Albtraum, wie hier meine Brust. Denn der erreicht maximal die Gegenstandsstufe 724. Ab 725 wären die Ränge von den einzelnen Perks hier drauf erheblich höher. Dementsprechend wollt ihr dann entweder über 600 ein Item haben, was ihr dann 5 mal aufwertet oder was per se über 625 ist. Oder über 700, was ihr dann auf 725 aufwertet. Per se auf über 725 ist natürlich der Traum. Das sind die Breakpoints von den Items, immer im Hinterkopf haben. Tipp Nummer 2 sind einzelne Item-Perks. Rerollen auf Equipment absolut spielverändern. Jede Klasse, jede Skillung hat so eigene Perks, sogenannte Affixe auf Deutsch, die extrem stark sind. Zum Beispiel maximales Mana, Abklingzeit-Reduktion für den Magier, kritischer Treffer-Schaden. Aber natürlich auch so Dinge wie Ressourcen-Erzeugung und Reduzierung sind für mich als Mage absolut spielverändernd. Das kann für eure Klasse was anderes sein. Ihr müsst nur wissen, was da wichtig ist. Aber die einzelnen falschen Eigenschaften auf Items zu rerollen ist entscheidend. Allerdings ist das Ganze ziemlich teuer. Ihr seht, ich brauche da schon so einiges an Materialien. Ich habe jetzt 18 vergessene Seelen und vor allem richtig viel Gold. Angriffsgeschwindigkeit ist nicht mein Lieblingsspell. Allerdings konnte ich ihn nicht verbessern. Hier keine Änderung dann. Eine Verschlechterung der Angriffsgeschwindigkeit wollen wir natürlich nicht. Probieren wir nochmal eine Runde. Ja, Kettenblitz ist es jetzt auch nicht. Und dann habe ich auch schon kein Gold mehr. Schade, blöd gelaufen. Weiter geht es mit der dritten Sache. Nämlich die Höllenflut. Die solltet ihr immer mitnehmen. Das erwähne ich sehr oft, da ich es persönlich am Anfang übersehen habe, die Höllenflut regelmäßig zu machen. Zur Höllenflut habe ich auch ein eigenes Video entweder schon released oder es kommt noch. Also gerne da nochmal reinsteigen. Hier nochmal ein Spezialtipp. Unter anderem auf d4builds.gg gibt es eine interaktive Map, die euch auch Mysterious Chests anzeigt. Und die sind extrem wichtig, weil das sind besondere Truhen, die bei jedem Höllenflut-Event da sind. Und die kosten 175 Höllenglut und die haben immer eigentlich... Ich hatte noch nie weniger als drei legendäre Items da drin. Ja und vor allem auch richtig viele vergessene Seelen. Das war wirklich spielverändernd, dass ich wusste, dass es diese Truhen bei den Höllenflut-Events gibt, die immer an denselben Orten spawnen können. Und ganz wichtig, nicht auf eurer Karte angezeigt werden, außer ihr seid ganz nah dran. Die gehen dann auch wieder weg, wenn ihr euch entfernt. Also super versteckt, super secret. Das will Blizzard nicht, dass ihr das Ganze sofort findet. Ja, für Tipp Nummer 4 müssen wir natürlich zu Kadala, unserer Lieblingsfreundin hier verkörpert. Zum Beispiel in Kiowa-Chart durch Litz. Denn Tipp Nummer 4, wir wollen Affixe gezielt farmen über Obolusse. Hier erstmal folgender Tipp, wenn Items nicht farblich hinterlegt sind, sind sie normal. Wenn sie golden hinterlegt sind, sind sie mindestens heilig. Steht ja auch hier drin, heiliger Fokus. Und im besten Fall sind sie vermacht. Hier zum Beispiel ein vermachter Zauberstab. Um gezielt Aspekte aus diesen Obolussen zu farmen, müsst ihr wissen, dass jeder Aspekt immer so eine bestimmte Gruppe hat, mit der er sich Slots teilt. Zum Beispiel Waffe, in dem Fall auch Fokus, Ringe, Amulette und natürlich Armschienen oder Handschuhe teilen sich einen Slot. Bedeutet für euch, wenn ihr jetzt einen Waffenperk farmen wollt, aber eigentlich keine Waffe, dann könnt ihr aus der Kategorie das günstigste nehmen. Zum Beispiel den Fokus. In meinem Fall jetzt eher nicht, weil der Fokus ist nur mindestens heilig und dadurch könnte der Perk schlechter sein. Aber ihr könnt hier dann im Zweifelsfall auf das günstigste zurückgreifen. Ich hole mir mal ein paar Zauberstäbe und schaue mal, was wird. Der hier wird sofort als Schrott markiert. Der hat immerhin kritischen Trefferschaden, aber seine Gegenstandsstufe ist deutlich zu niedrig. Und hier auch Gegenstandsstufe ist sofort zu niedrig. Wir haben kritischen Trefferschaden, das ist nett, aber das war es dann auch schon. Leider keine Verbesserung. Auch der Perk ist für mich uninteressant, aber so funktioniert das über die Obolusse. Ziemlich cooler Trick. Tipp Nummer 5, was ihr machen solltet. Akte beenden. Extrem spielverändernd hier die Akte abzuschließen. Gibt nicht nur Fertigkeitspunkte, also bis hierhin, bis zum dritten Step. Immer machen. Zu jedem Zeitpunkt. Und zum fünften Step empfehle ich das zwischen Level 70 und 80, denn dann geht es etwa gleich schnell, wie als wenn ihr nochmal levelt. Also hier dann nochmal die ganzen Altäre einsammeln von Lilith und zusätzlich die Paragonpunkte absahnen. Das ist ungefähr der gleiche Progress Speed, als würdet ihr in Albtraum Dungeons so leveln. Also das an späterer Stelle meine Empfehlung. Man muss sich dazu aufraffen, ich habe da meine Probleme mit. Und Altäre sammeln ist nicht das, wofür ich mir Diablo 4 geholt habe. Aber es muss halt irgendwie auch sein. Gibt schönere Sachen, aber gibt es halt. Und die Altäre gelten ja für den ganzen Realm. Ihr habt das dann auf allen Charakteren, diesen Bonus, was natürlich extrem stark ist fürs Twinken. Sache Nummer 6, die ihr machen könnt, um euch zu verbessern, sind natürlich Albtraum Dungeons Grinden. Hier übrigens Sortierfeature ist immer spielverändert, weil ihr dann hier die Sortierung habt nach Schwierigkeitsgrad von den Albtraum Siegeln. Und hier meine klare Empfehlung. Drei Level über eurem Charakter. Das ist der Sweet Spot, um die besten EP zu farmen. Warum macht ihr die Albtraum Siegel? Nun natürlich nicht nur für die EP, die da sehr gut ist, aber es gibt bessere EP Farms, sondern vor allem, und dafür gehen wir in den Paragon Tree, für Glyphen. Glyphen könnt ihr ja hier reinpacken und dann in diesen Dungeons aufwerten. Und die sind teilweise echt spielverändernd stark. Ihr macht zum Beispiel in meinem Fall hier 12,5% mehr Schaden, 31% mehr Schaden und nochmal 34% mehr Crit-Schaden mit Kernfertigkeiten, also all meinen Damage Spells. Ihr seht es, extrem krasse Multiplikatoren, hier diese Glyphen aufzuwerten. Auch das ziemlich spielverändernd, wenn ihr da ein gewisses Level erreicht habt. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und gerade Level 15 ist jetzt erstmal mal mein nächster Wunsch, weil dann erhöht sich hier das Einzugsgebiet der Glyphen. Und dann habt ihr auch zum Beispiel mehr Geschicklichkeit in diesem Einzugsgebiet, als Beispiel hier von dieser Glyphe, um dort entsprechend mehr Schaden zu machen. Haben wir hier überhaupt mehr Geschicklichkeit? Ja gut, ist jetzt hier ein schlechtes Beispiel. Hier jetzt nicht. Aber hier zum Beispiel gäbe es mehr Willenskraft für diese Glyphe. Nochmal mehr Willenskraft. Das wäre auf jeden Fall schon mal eine deutliche Verbesserung hier. Also Albtraum Gungeons nicht unterschätzen. Klar, es gibt jede Menge coole Grind Dungeons, um EP so zu farmen. Da habe ich auch einiges vorbereitet. Aber an der Stelle macht das auf jeden Fall. Punkt Nummer 7, kleiner Quick-Tipp. Falls noch nicht geschehen, natürlich wollt ihr auch die Aspekte aus den Dungeons gezielt farmen. Ich habe da auch noch ein paar über. Zum Beispiel hier sogar noch ein Zauberer-Aspekt. Falls noch nicht geschehen, farmt euch gezielt die Aspekte, die ihr für euren Build braucht. Wichtig zu wissen ist hier, die sind eigentlich immer schlechter als die, die ihr von normalen Items bekommt. Das heißt, da gibt es höhere Rolls. Aber habt sie lieber. Besser haben als brauchen. Deswegen doch. Punkt Nummer 8. Und dafür gehen wir natürlich zur Truhe. Und ihr hoffentlich habt ja auch so eine Truhe auf Shame mit jeder Menge Dingen, wo ihr sagt, oh, da brauche ich bestimmt nochmal. Oder ihr braucht sie wirklich nochmal. Zum Beispiel die Sockel, die Edelsteine für die Sockel, muss man eher sagen. Die solltet ihr natürlich auch aufwerten. Aber ab einer bestimmten Stufe werdet ihr überflutet damit. Also nicht allzu viel. Mehr so kurz vor den neuen Breakpoints könnt ihr das dann machen. Irgendwann seid ihr dann eh auf der Max-Stufe, was die Edelsteine angeht. Und hier klare Empfehlung für Barbar als auch für Magier. Weißig gilt, immer Rot, also Rubin in die Rüstung, Smaragd in die Waffe und den Totenkopf für Rüstung in den Schmuck. Das auf jeden Fall auch im Hinterkopf behalten, die Edelsteine aufzuwerten. Sehr, sehr nah. Ja, vor allem aber nochmal gerne im Hinterkopf behalten, dass ihr Gegenständen, auch Sockel hinzufügen könnt für die Edelsteine. Das auf jeden Fall mitnehmen. Dafür braucht ihr allerdings diese Prismen. Wo gibt es die von den Weltbossen? Also natürlich, wenn Weltboss spawnt, immer machen. Ja, hier ist jetzt mal wieder keiner. Es sind echt selten. Obwohl ich relativ viel online bin, hatte ich vielleicht erst so sechs Weltboss-Kills oder so. Oder sieben, maybe. Sind auf jeden Fall lächerlich einfach, leider. Ja, Punkt Nummer 9, Items aufleveln. Da hatten wir ja vorhin schon so grob drüber gesprochen, dass es bestimmte Breakpoints gibt. Hier auch nochmal der Hinweis, nicht nur das Verzaubern ist wichtig. So, verticken wir hier nochmal kurz das für ein bisschen Gold. Gold ist wirklich im Endgame der Engpass, meiner Meinung nach. Und die Materialien gar nicht. Also, das kriegst du hinterhergeschmissen, bis auf die Helltide-Events, also die Höllenflut-Materialien. Trübelkristalle hast du immer genug. Aber Kohle, die hast du nicht. Naja, in jedem Fall kannst du Items aufwerten. Und das ist sehr krass. Hier zum Beispiel bekomme ich ein Mana mehr, vier Willenskraft mehr und 0,7% Abklingzeitreduktion mehr. Das klingt erstmal nicht viel, aber bedenkt man, dass man das Ganze fünfmal je Item machen kann. Das Pro-Item-Slot, dann ist das schon wieder doch immens, was man da rausholen kann. Und das ist ein No-Brainer für mich, dass ich das jetzt mache. Vorher hatte ich, glaube ich, nur zu wenig Kohle, weil das aktuell mein Engpass ist. So, mit nochmal mehr Mana und Abklingzeitreduktion, da lebt es sich doch glatt besser. 147, 150 wäre ein bisschen schöner. Übrigens, kleiner Quick-Tipp. Wissen die meisten von euch wahrscheinlich eh schon, aber es gibt hier nicht nur Tränke, die extrem insane sind. Zum Beispiel Präzisions-Elixiere für 25% mehr Crit-Damage und 4% mehr Crit-Chance. Wirklich huge. Es gibt auch Tränke, die ihr nur in der Open World bislang zumindest finden könnt, die auch extrem krass sind. Nein, es gibt natürlich auch noch Räucherwerk. Und hier gibt es eigentlich für jede Klasse so richtig tolle Räucherwerke. Ja, ihr könntet natürlich sagen, alle Werte für alle Spieler in der Umgebung, das sind ja Gruppen-Buffs, auch sehr, sehr cool. Leben erhöhen ist auch nicht uninteressant, aber für euch als Magier in diesem Fall zum Beispiel oder für mich als Magier, da ist klar, ich nehme die 25% Intelligenz mit, das skaliert mit meinem Fähigkeitsschaden. Alternativ muss man mal gucken, vielleicht ist man ja im Paragon-Board irgendwo kurz vor einem Breakpoint. Hier brauche ich zum Beispiel jetzt noch, das weiß ich aus dem Stehgreif, 33 Geschick. Das kriege ich jetzt nicht hin mit einem Geschick-Elixier, um da dann nochmal meinen Schaden irgendwie um 10% zu erhöhen. Das musst du so ein bisschen im Kopf haben, dieses Gesamtbild, was doch relativ komplex ist in Diablo. Dieses Zusammenspiel aus Paragon, Glyphen, Fertigkeiten, die bestimmte Voraussetzungen haben an Willenskraft, Geschick, an Perks, an Items, die bestimmte Affixe haben und die durch andere dann stärker werden. Zum Beispiel wird ja der kritische Treffer-Schaden immer besser durch erhöhte kritische Treffer-Chance und so weiter und so fort. Ja und Punkt Nummer 10 ist dann auch ziemlich wichtig und hat für mich extrem viel verändert. Ich habe durch einfaches Respecken, bedeutet Umskillen, Verbessern meiner Skillung, sei es im Fertigkeitsbaum, aber vor allem in dem von mir anfangs extrem unterschätzten Paragon-Board, habe ich so viel mehr Schaden rausholen können. Ich glaube, ich konnte meinen Schaden durch einfaches Umskillen um 50% steigern, einfach durch geschicktes Verteilen der Glyphen, durch die korrekte Nutzung von Affixen und dadurch einfach mehr Utility, zum Beispiel mehr Mana für den Zauberer, war für mich spielverändert. Warum war es spielverändert? Weil ich einen Perk habe, dass ich, wenn ich mehr als 100 Mana habe und dann etwas wirke, dann einfach mal 25% Krit-Chance mehr habe und dann ist der kritische Treffer-Schaden wieder besser. Ihr seht, dieses Gesamtbild ist relativ komplex, aber man kann es doch, glaube ich, recht schnell durchdringen. Nach 40, 50 Stunden ist man da auf jeden Fall gut durchgeschickt. Ja, das waren meine 10 Tipps zum Besserwerden in Diablo. Schreibt mir in die Kommentare, falls ich irgendwas vergessen habe. Naja, besser werdet ihr auf jeden Fall nicht über den Shop, nicht über irgendwelche krassen Mounts und auch nicht über den Heiler. Naja, ansonsten gibt es ja noch den flüsternden Baum. Da würde ich wirklich nur sagen, macht das nur nebenbei, wenn ihr es eh zufällig bekommt. Ansonsten ist das völlig uninteressant. Und ja, so wird man auf jeden Fall bis zur ersten Season, denke ich mal, besser. Diablo 4. So einfach kann es gehen, weil einfach, einfach, einfach ist. Ja, herzlich willkommen an alle neuen Leute hier auf dem Kanal. Ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid auf meiner Reise durch die Gaming-Welt. Gerne hier dauerhaft mit dabei bleiben, falls noch nicht geschehen. Das würde mich sehr freuen. Falls kein Bock, dann bis zum nächsten Mal, wenn wir uns zufällig sehen. Und ich bedanke mich nochmal für eure Aufmerksamkeit und sage, ciao, euer Stefan. Und ja, ich kann nur sagen, happy grind. Er braucht keinen Spell, er ist heiß, nur wie die Knie. Wir chillen auf Plötze erst und jagen auf Thierry. Willian ist kalt, wie der Winter ist geliebt. Er will ja den Pferd, doch er hat sie nicht verdient. Er braucht keinen Spell, er ist heiß, nur wie die Knie. Wir chillen auf Plötze erst und jagen auf Thierry.